Herzlich willkommen Crypto-Freunde, Investor und Newcomer. Wie geht es euch Leute? Ich hoffe ihr seid gut in dieses Wochenende hineingekommen und genießt diesen schönen sonnigen Samstag an alle unsere islamischen Brüder und Schwestern. Ich wünsche euch Ramadan Mubarak. Habt ein gesegnetes Fest Leute. Und diesbezüglich haben wir auch wundervolle News, was Bitcoin bzw. den Kryptomarkt angeht. Ich bin der Meinung, auf den Charts langsam zu erkennen, dass die All-Season begonnen hat und wir die Rotation sehen. Wieso ich das denke, das werden wir uns gleich anschauen. Es gibt einige Indikatoren dafür. Die besten Indikatoren waren eigentlich wie 2017, dass einzelne OG-Coins anfangen auszurasten bzw. diese Rallye einzuleuten. Ethereum Classic ist sehr, sehr stark gestiegen. Silica ist sehr, sehr stark gestiegen. Die Coins, die mehr als 20% in den letzten Wochen gemacht haben, waren Bitcoin Cash, Dash. Also all diese alten OG-Coins, die haben diesen Run bzw. diese Rallye eingeleitet. Und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen und das ist ein Zeichen, worauf wir gewartet haben. Es gibt natürlich auch andere Anzeichen, wie die Bitcoin-Dominanz, die wir uns jetzt anschauen werden, die sehr, sehr wichtig sind und jedes Mal uns gezeigt haben, wann die Rotation stattfindet. Aber Leute, ich bin super bullisch gestimmt und kann es eigentlich nicht abwarten, euch zu zeigen, was ich da gefunden habe. Schauen wir uns das mal an. Vorab nochmal aber eine ganz kurze Werbung. Unser Partner BitWavo, meines Erachtens nach die sicherste Exchange in Europa, hat jetzt auch neue Coin-Listings und wird die nächsten Monate neue Coins listen. Jetzt kann man dort auch Crow kaufen. Geht über unseren Link, der hier angepinnt ist, auf BitWavo drauf und genießt die Sicherheit bei einer der Exchanges mit den günstigsten Handelsgebühren, die wir auf diesem Markt haben. Okay, Bitcoin ist von 44.200, wo er den Bottom gesetzt hat, nach oben geschossen und hat beinahe die 47.000er Marke erreicht. Super, super bullisch, was hier passiert. Die gesamte Marktkapitalisierung ist schön nach oben geschossen. Wir halten uns beinahe bei der 2,2 Billionen Marke auf, sind aber auf dem Weg dahin. Die Bitcoin-Dominanz hat hier sehr schön nachgelassen. Und darauf werden wir gleich in den Charts eingehen. Wie wir hier sehen können, ist der gesamte Markt im Grünen. Man braucht da gar nicht irgendwo zu stoppen, bis auf einzelne kleine Projekte. Ist so gut wie alles im Grün, wie ihr sehen könnt. Bevor ich auf die News eingehe und wir uns die Charts angucken, liked dieses Video, wenn ihr mögt, was ihr hier seht, Leute. Und hilft uns dabei, diesen Channel etwas wachsen zu lassen. Okay, gucken wir uns das mal an. Checkmate hat hier einen Chart präsentiert. Und dieser Chart hier, beziehungsweise die gelbe Linie, die zeigt uns hier die Activity Entities. Das heißt, die Entitäten, die aktiv waren auf dem Netzwerk, sei es Institutionelle, sei es Firmen, sei es Wahle, sei es eine große Gruppe an Retail-Investoren. Und jedes Mal, wenn wir eine hohe Aktivität haben, und das ist darauf zurückzuführen, dass die Transaktionen langsam steigen, haben wir All-Time-Highs gebildet. Ihr seht das jedes Mal, wenn wir Peaks haben, waren wir hier zumindest in der Nähe des All-Time-Highs. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Wir starten langsam eine Rallye, die natürlich zu diesem ersten Anstieg hier geführt hat, seht ihr. Und die zweite beginnt jetzt auch. Wir haben also höhere Transaktionen, das Netzwerk wird stärker genutzt, was in der Vergangenheit ein Anzeichen dafür war, dass wir eine Rallye beim Bitcoin-Preis haben werden. Das ist sehr, sehr interessant. Wir haben natürlich weitere Anzeichen, aber eine Sache, die das hier noch unterstützt, ist, dass die Knappheit des Bitcoin-Angebots immer weiter voranschreitet, je mehr Zeit vergeht. Und wieso? Der 19-Millionste Bitcoin wurde gestern geschürft. Was heißt das genau? Die Bitcoin-Anzahl ist auf 21 Millionen begrenzt. Es gibt also nicht mehr Bitcoins. Für die, die neu auf dem Markt sind, die wissen das wahrscheinlich noch nicht. Aber Bitcoin gibt es schon seit 13 Jahren und innerhalb dieser 13 Jahren wurden jetzt 90,48% aller existierenden Bitcoins geschürft. Bis zum Jahre 2026, also in vier Jahren, wird der 20-Millionste Bitcoin geschürft werden. Und ab da an werden die letzten Millionen Bitcoins 144 Jahre brauchen, um geschürft zu werden. Das heißt, es wird das Jahr 2140 sein. Woran liegt das? Das liegt an der Halbierung der Bitcoin-Belohnung, die die Miner dafür bekommen. Und ab Mai 2024 werden die Block-Rewards auf 3,125 Bitcoin begrenzt. Was dann dazu führt, dass die Dauer der letzten eine Million Bitcoins, die geschürft werden, sich um ein weites erhöht. Okay Leute, was heißt das? Was heißt das jetzt für den Bitcoin-Preis? Wir werden eine Verknappung des Angebots haben, einen Supply-Schock und das sorgt einfach dafür, dass der Preis in naher Zukunft exorbitant nach oben steigen kann. Was haben wir jetzt auf diesen Charts erkannt, Leute? Interessante Sachen haben wir da erkannt. Okay, gucken wir uns das mal an. Ziehen wir erstmal die FIPS. Swing High, Swing Low vom All-Time High bis zur Korrektur runter. Und dort sehen wir, dass wir uns jetzt gerade wieder bei der 38,2 Fibonacci Retracements aufhalten. Wir sind einmal drüber geschossen, runter korrigiert, sind hoch und halten uns jetzt genau dort wieder auf. Wo war aber die Spitze, die wir hier gesetzt haben? Und das ist interessant. Gucken wir uns mal Bitcoin aus der langfristigen Makro-Perspektive an und ziehen die FIPS einmal vom letzten Bullrun 2017 bis zum Tiefpunkt. Und wenn wir uns das mal anschauen, wo wir da gestoppt sind, bei der 2,618 Fibonacci Tracement. Wir sind dort hoch, sind runter korrigiert und halten uns jetzt bei dieser kurzsichtigen Betrachtung vom All-Time High bis zum unteren Bereich auf der 38,2. Und das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die wir hier sehen. Es verhält sich wieder komplett nach den Fibonaccis. Aber es wird noch interessanter, wenn wir uns angucken und die 200 Tage Moving Average mit reinnehmen, was ein signifikanter und wichtiger Moving Average ist. Dann ist der Support bzw. die Resistance, die wir gebildet haben, genau bei der 200er Moving Average. Und der Candle Body ist exakt bei der 2,618 Fibonacci Tracement. Sehr, sehr interessant, was sich da entwickelt. Sehr, sehr interessant. Es sieht ganz danach aus, als ob wir bald einen Ausbruch sehen werden, Bitcoin ein bisschen nach oben steigt. Wann haben wir das letzte Mal die Kreuzung des Bitcoin-Preischarts durch die 200 Tage Moving Average gehabt, von unten nach oben. Das war in dieser Phase. Und welche Phase war das? Das war die Phase, in der wir die Rallye gestartet haben. Und nach oben gegangen sind, mit einer kleinen Korrektur und dem neuen All-Time-High gesetzt haben. Okay, gucken wir uns das mal an. Wir befinden uns jetzt gerade in einer ähnlichen Phase und werden wahrscheinlich versuchen, in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, genau das zu erreichen, dass wir dort drüber kommen. Das Interessante daran ist jetzt, das werden wir uns angucken, wenn wir die Fibonacci EMA-Rubins noch einmal mit reinnehmen. Aber, guckt euch das mal an, die 100 Tage und die 50 Tage Moving Average. Die scheinen sich auch langsam hier zu kreuzen und genau hier an dieser Stelle, wo wir das schon mal gemacht haben, genau diese Rallye gestartet. Und was machen wir jetzt? Wir sind kurz davor, auch hier eine Kreuzung zu haben und genau das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass wir die Rallye hier starten und in diese Preisbereiche kommen. Sehr, sehr interessant. Okay, gucken wir uns das mal an, was wir hier noch gefunden haben. Wenn wir uns das mal angucken und sagen, hm, dieser Bereich hier, der stimmt ja erstmal schon vollkommen überein mit dem, was wir hier gemacht haben. Wenn wir die einmal überlappen, dann sehen wir das und die Tiefpunkte hier miteinander zusammensetzen, dann kommen wir sogar genau dahin, wo wir die Rotation erwarten. Okay, da dies schon so ähnlich ist, haben wir den ersten Schritt ja schon gemacht mit der Korrektur. Wenn wir diesen kleinen Bereich hier einmal reinnehmen und schauen, wo wäre der nächste Schritt. Das mit dem Tiefpunkt hier überlappen. Dann würden wir schon in die Bereiche, wo wir die Rotation erwarten, hineinkommen. Wenn wir den gesamten Bereich einmal mit reinnehmen, dann würden wir hier richtig schön hineinkommen, die Fibonacci Retracements von 78,6 überschreiten und von dort aus dann in die Korrektur gehen, wo wir dann letztendlich das Ende des Buruns sehen. Okay, Leute. Gucken wir uns mal an, was wir hier bei den Fibonacci EMA Ribbons gefunden haben. Ich habe euch ja schon mal erklärt gehabt, dass wir uns hier schön unter die 13er Fibonacci EMA Ribbon gehalten haben und dass wir hier das gleiche machen und ich da eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit drin sehe. Und was ist dann passiert? Als wir mit dem 13er Fibonacci EMA Ribbon die 233er gekreuzt haben an der Stelle, war das genau der Bereich, wo die Rallye begonnen hat. Und meines Erachtens nach befinden wir uns jetzt genau da. Was machen wir gerade? Die 13er, die rote Linie, die kreuzt auch die 233er. Und meines Erachtens nach machen wir genau das gleiche, wie wir auch hier getan haben, dass wir bald hier diese Rallye sehen und den Anstieg nach oben. Okay. Ist es aber das, was ich euch zeigen wollte? Ist es genau das? Nein, das ist einfach nur ein interessanter Aspekt. Aber gucken wir uns jetzt mal an, was die Bitcoin Dominanz macht. Schaut euch das mal an. Bitcoin Dominanz fällt. Bitcoin Dominanz fällt. Gut. Wir waren hier schon bei der 44%igen und jetzt fallen wir und sind bei der, jetzt hier bei Trading View bei 41%. Bei Coin Market Cap sind wir bei 40%. Aber wir können alle erkennen, dass wir hier einen fallenden Dominanz haben. Okay. Nehmen wir uns mal die gesamte Marktkapitalisierung, minus Bitcoin und minus Ethereum dazu. Was sehen wir hier? Sie geht hoch. Das heißt, in diesen Bereichen, wo Bitcoins Dominanz gerade nachlässt, sehen wir einen Anstieg bei den Altcoins. Das ist ein sehr, sehr interessantes Zeichen. Nehmen wir uns mal hier die Altcoins dazu. Oh, nicht die Altcoins, sondern die Bitcoin Dominanz wollte ich ja nicht mit dazu nehmen. So, dann erkennen wir hier direkt, was ich meine. Diese gegenwärtige Bewegung. Schaut euch das an. Genau das ist es, was wir wollen. Genau das ist es, was wir wollen. Die Bitcoin Dominanz fängt an nachzulassen, während die Altcoins anfangen hoch zu gehen. In dieser Phase hier hat Bitcoin auch sehr stark nachgelassen und die Altcoins mitgerissen. Aber was hatten wir bei der Rallye, die wir jetzt gerade sehen? Altcoins sind hochgegangen. Bitcoin hat an Dominanz nachgelassen. Und genau das ist es, was wir hier jetzt auch gerade tun. Das heißt, das können wir erstmal vergessen. Das hat nichts mit dieser Sache zu tun jetzt gerade. Diese Bereiche sind wesentlich wichtiger. Und das ist ein sehr, sehr starkes Indies dafür, dass wir langsam diese zweite Rallye starten, so wie wir es auch 2017 gemacht haben, wo die Bitcoin Dominanz fällt und die Altcoins anfangen, schön durch die Decke zu gehen. Es sieht also wirklich vielversprechend aus, Leute. Ich bin richtig bullish gestimmt. Ich bin der Meinung, dass wir diese Rotation schon bald sehen werden beziehungsweise, dass sie schon längst begonnen hat. Okay, Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns morgen beim Livestream. und Crypto Heroes Outliter. Und Crypto Heroes Outliter.